Was eigentlich in der Bundespressekonferenz geschehen sollte, geschah heute im Bundestag. Da wurde Karl Lauterbach gegrillt von Abgeordneten, auch nur von einer Partei. Aber immerhin, dabei gab es erstaunliche Erkenntnisse. Ich hätte nie gedacht, dass Herr Lauterbach Fähigkeiten zum Verkehrspolizisten hat. Zumindest, wie ich sie aus Russland kenne, das gestikulieren. Damit hätte er sich in der Uniform eines russischen Verkehrspolizisten an einer Ampel gut gemacht. Aber lassen wir das zur Seite. Hören Sie sich einmal die Fragen an. Voila! Dann gehen wir jetzt über zum nächsten Fragesteller aus der AfD-Fraktion, Martin Sichert. Herr Minister, in der Vergangenheit wurde ja mit der Sicherheit der Impfstoffe sehr fahrlässig umgegangen. Bei AstraZeneca beispielsweise braucht es erst Todesfälle, bis man das jungen Menschen nicht mehr empfohlen hat. Bis heute haben die Impfstoffe keine Vollzulassung, sondern nur eine bedingte vorläufige Zulassung. Zweieinhalb Millionen Menschen waren allein im letzten Jahr mit Impfnebenwirkungen beim Arzt. Und bis heute kennen wir die zugehörigen Diagnosen nicht. Sie machen ja immer wieder Werbung für die Impfung. Daher meine Frage an Sie. Wollen Sie für mehr Aufklärung und Transparenz sorgen und einen verantwortungsvolleren Umgang mit den Impfungen, um so verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen? Ja, sehr verehrter Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass ich keine Werbung für die Impfstoffe mache, sondern ich rufe Menschen zur Impfung auf, die durch die Impfung möglicherweise vor schwerer Krankheit und vor Tod geschützt werden. Und das ist die Aufgabe eines Gesundheitsministers. Wie praktisch, dass hier die CDU gleich mit applaudiert. Eigentlich ist es ja Opposition, aber so richtig ist sie das dann doch nicht. Dass das die Aufgabe eines Ministers ist, was Herr Lauterbach sagt, da stimme ich ihm zu. Aber genauso wäre es seine Aufgabe, über Risiken und Nebenwirkungen aufzuklären und nicht den Menschen zu belügen, indem er sagte, es gebe keine Nebenwirkungen. Das ist eine dreiste Lüge. Jeder Mediziner weiß, jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Herr Lauterbach hat einfach dreist gelogen. Und der CDU als Oppositionspartei würde es gut anstehen, ihn danach zu befragen, statt das völlig zu verschweigen und mitzuklatschen, wenn er hier einseitig das Ganze darstellt. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass diesen Impfstoffen zahlreiche Menschen in Deutschland ihr Leben verdanken. Zum Zweiten, also die von Ihnen in der Frage unterstellte mangelnde Prüfung und Sicherheit der Impfstoffe ist wissenschaftlich nicht haltbar. Merkwürdig, weil genau das hat gerade der oberste Arzt von Florida gesagt und empfohlen, Männer unter 40 bzw. überhaupt Jüngere unter 40 nicht mehr zu impfen. Also Wissenschaft ist für Herrn Lauterbach offenbar etwas ganz Einseitiges und er nimmt offenbar nur diejenigen Wissenschaftler wahr, die das sagen, was er gerne hören möchte. Es gibt überhaupt keine Impfstoffe, die wir je eingesetzt haben, die so gut untersucht gewesen sind, wie die derzeit von uns eingesetzten Corona-Impfungen. Da fehlen einem einfach die Worte. Egal wie man zur Impfung steht, dass die ganz, ganz schnell aus dem Boden gestampft wurden, dass man nicht lange prüfen konnte, wie man das sonst sollte. Das ist jedem offensichtlich. Und sich dann hinzustellen und sagen, hier war es besser geprüft als bei allem anderen, da fehlen mir einfach die Worte. Und der Großteil hier im Bundestag, die lassen das so durchgehen. Phänomenal. Die Impfstoffe sind milliardenfach eingesetzt worden. Ja, und Ihr Parteifreund, Herr Minister, der Bundeskanzler Scholz hat selber gesagt, dass die Menschen Versuchskaninchen waren. Kein Corona-Leugner, wie Sie das nennen, kein Verschwörungsideologie, wie Sie das nennen, sondern Ihr Bundeskanzler, Ihr Chef. Und das jetzt als Argument für die Impfung auszugeben, da fehlen einem wirklich die Worte. Herr Abgeordneter, wir haben auf der Grundlage des milliardenfachen Einsatzes dieser Impfstoffe präzise Daten zu den Nebenwirkungen dieser Impfstoffe. Nein, genau das haben wir eben nicht. Und führende Experten beklagen das auch, dass wir keine ausreichenden Daten haben, weil sie nicht richtig erhoben werden. Aber das gilt alles nicht, weil es offenbar dem Herrn Minister nicht ins Weltbild passt. Und auf dieser Grundlage empfehlen die internationalen Fachgesellschaften weltweit die Nutzung dieser Impfstoffe vor und dem schließe ich mich auch an. Ja, und auch hier wieder kein Wort von Florida, wo man es unter 14-Jährigen nicht mehr rät und von anderen Ländern, wo es ebenfalls massive Bedenken gibt. Das alles blendet der Minister einfach aus. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Sie haben gerade gesagt, dass es keine Impfstoffe gab, die so gut getestet sind. Jetzt muss momentan das, was tatsächlich jetzt hier wozu aufgerufen wird, ist ja der BA5-Impfstoff. Und während die Impfstoffe am Anfang wenigstens noch an Menschen getestet worden sind, bevor man sie zugelassen hat, haben wir beim BA5-Impfstoff einen Test an 32 Mäusen gehabt vor der Zulassung, keinen Test an Menschen. Halten Sie wirklich 32 Mäuse für repräsentativ für die deutsche Bevölkerung und halten Sie das für einen verantwortungsvollen Umgang mit Impfstoffen? Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für diese Frage. Die Verunsicherung der Bevölkerung kann man so nicht stehen lassen. Da bin ich ganz Ihrer Meinung, Herr Minister. Wie Sie die Bevölkerung verunsichern, das kann man so nicht stehen lassen, auch wenn Sie es ganz anders gemeint haben. Bemerkenswert übrigens, dass der Kollege hier mit Maske sitzt. Wie übrigens viele Abgeordnete. Ich entnehme Ihren Äußerungen, dass Sie sich offenbar mit den Impfstoffen beschäftigt haben. Dann wissen Sie ja, dass hier nur sehr wenige Mutationen vorgenommen wurden, dass der Impfstoff im Wesentlichen, also zu mehr als 99 Prozent der Genomsequenz entspricht, die wir also milliardenfach eingesetzt haben. Daher gibt es wissenschaftlich keinen Zweifel daran, dass das Nebenwirkungsprofil dieser Impfstoffe dem Profil entspricht, der Impfstoffe, die wir gut getestet haben. Halt, 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 schon wieder ein Hütchenspielertrick, denn die wurden eben nicht so gut getestet. Namhafte Wissenschaftler sagen heute, dass viele wichtige Daten aus diesen Studien bis heute von den Herstellern unter Verschluss gehalten werden. Und man bräuchte diese Daten und die werden eben nicht öffentlich gemacht. Und jetzt macht man dann mit Mäusen weiter, statt das endlich öffentlich zu machen. Und Herr Lauterbach, das sind Hütchenspielertricks. Und daher ist es auf der Grundlage der internationalen Wissenschaftler. Es gibt hier keinen Konsens. Hören Sie doch mit diesen Ammenmärchen auf. Es gibt Kritiker. Warum verschweigen Sie die? Nicht. Also der Fall, wie Sie es hier beschreiben. Die Impfstoffe, die wir der Sicherheit habe, geprüft haben bei den vorhandenen Impfstoffen, diese Sicherheit lässt sich auf die neuen Impfstoffe übertragen, weil sie gemessen am genetischen Aufbau fast identisch ist. Merken Sie ja den Widerspruch. Er sagt, die sind völlig sicher. Also die hätte man gar nicht testen, nochmal prüfen müssen. Aber dann sagt er gleichzeitig, der Sicherheit wegen haben wir sie nochmal testen lassen. Mit den Mäusen. Beißt sich. Die nächste Nachfrage aus der AfD-Fraktion, Frau von Storch. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie gesagt haben, es hat quasi noch nie einen Impfstoff gegeben, der an so vielen Milliarden Menschen verimpft worden ist und damit eigentlich gut getestet worden ist? Haben Sie also eigentlich gesagt, dass das Ergebnis der Prüfung, das ist, das wir jetzt in der ganzen Welt sehen können, weil man ja an so vielen Menschen quasi getestet hat? Haben Sie das gerade so gesagt oder wollen Sie das vielleicht kassieren? Denn so haben Sie es gesagt. Vielen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Die Antwort ist nein. Offen gestanden wundert es mich bei diesem Minister nicht mehr, dass er hier verweigert bzw. verleugnet, was er gerade eben gesagt hat. Ich finde übrigens die Körpersprache sehr interessant. Herr Lauterbach steht da wie auf der Anklagebank. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Sie haben gerade gesagt, Herr Prof. Dr. Karl Lauterbach, dass dieser Impfstoff an Milliarden Menschen verimpft worden ist, weswegen die Erkenntnisse darüber jetzt so groß sind, aber vorher nicht waren. Genau das haben Sie gerade gesagt. Genau so habe ich es auch verstanden und Sie können zurückspulen. Wir werden das sicherlich gut zusammenschneiden können, aber vielleicht können Sie das nochmal klarifizieren, damit die Menschen draußen im Land erfahren, dass sie möglicherweise beteiligt waren an einem großen Versuch. Dass es ein großer Versuch war, das hat ja sowohl der Bundeskanzler als auch die SPD-Chefin offen zugegeben. Sehr geehrte Abgeordnete, ich will es Ihnen noch einmal erklären. Ich weiß nicht, ob Sie es nicht verstanden haben oder ob Sie sich hier, das kann ich wirklich nicht einschätzen, ob Sie sich hier dümmer stellen als Sie sind. Herr Lauterbach, die Frau von Storch hat hier lediglich das wiedergegeben, was Ihr Bundeskanzler und Ihre Parteichefin gesagt haben. Also bitte unterlassen Sie doch diese Ungezogenheiten. Aber ich will es noch einmal erklären. Was ich gesagt habe, ist, dass die Impfstoffe... Ja, und da lachen die jungen Herren hinten auf den billigen Plätzen. Ha, 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 unfassbar. Die Impfstoffe sicher sind, weil sie an sehr vielen Menschen eingesetzt wurden, nachdem sie getestet wurden. Und im Einsatz hat man gesehen, dass die Impfstoffe sicher sind. Ich habe aber nicht gesagt, dass die Impfstoffe bei so vielen Menschen getestet worden sind. Jetzt haben Sie sich aber schön herausgewunden, Herr Lauterbach, weil jetzt sagen Sie es tatsächlich anders. Aber in der ersten Fassung, da klang es tatsächlich so, dass Sie sicher sind, weil Sie so viele Menschen bekommen haben. Also, Sie drehen sich selber das Wort im Munde um. Erstaunlich. Anders ausgedrückt, wenn aus dem Einsatz des Impfstoffes sich die Sicherheit ergibt, ist das etwas anderes, als wenn ich bei Milliarden einen Impfstoff teste. Dass sich Sicherheit ergibt? Naja, Floridas oberster Arzt hat gesagt, dass die Rate der plötzlichen unerwarteten Herztote um über 80% gestiegen ist nach der Impfung. Wollen wir hoffen, dass sich die irren. Aber diese Selbstsicherheit, dieses Ausschließen des Risikos, ich halte das für dreist und für größenwahnsinnig. Nächste Nachfrage aus der AfD-Fraktion, Frau Dr. Baum. Vielen Dank, Herr Lauterbach. Immer mehr Ärzte und Verbände fordern die Aufhebung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Auch mehrere Bundesländer haben sich angeschlossen. Und das betroffene Personal braucht unbedingt Klarheit. Deshalb frage ich im Namen vieler Mitarbeiter, haben Sie vor, das Gesetz auslaufen zu lassen oder wollen Sie es verlängern? Vielen Dank, Frau Abgeordnete, für diese Frage. Wir beschäftigen uns derzeit mit der Entwicklung der Pandemie in der Herbst- und Winterwelle. Und wir werden von dem Verlauf der Herbst- und Winterwelle abhängig machen, wie wir mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht umgehen. Das ist keine Antwort, das ist die Vermeidung einer Antwort. Aber vielleicht liegt das ja auch in der Persönlichkeit von Herrn Lauterbach. Vielleicht wird er ja im Restaurant, wenn er gefragt wird, was er bestellen will, sagen, ich werde es jetzt noch einmal davon abhängig machen, was mir mein Appetit zu gegebener Zeit sagen wird. Vielleicht liegt das in der Person Karl Lauterbach. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Sehr gerne. Herr Lauterbach, viele Menschen haben Ihnen geglaubt und darauf vertraut, dass Sie das, was Sie immer wieder gesagt haben, dass die Impfungen keine gesundheitlichen Schäden nach sich zieht und haben nun zum Teil schwerste Nebenwirkungen. Was sagen Sie diesen davon betroffenen Impfgeschädigten? Es sind auch sehr viele junge Leute unter anderem dabei. Was sagen Sie dem? Ist jetzt von Ihrer Seite endlich mal eine Entschuldigung dazu fällig? Sehr verehrte Frau Abgeordnete, ich glaube, wenn ich ganz ehrlich sein darf, dass hier eine Entschuldigung fällig wäre von Ihrer Seite, wenn Sie diese Gelegenheit nutzen, die Menschen zu verunsichern. Mir fehlen hier einfach die Worte. Wie kann sich Herr Lauterbach hinstellen, nachdem er glasklar gelogen hat, belegbar, es gebe keine Nebenwirkungen, eine völlig unsinnige, unhaltbare Aussage? Und jetzt wird er darauf angesprochen und jetzt sagt er, Sie müssen sich entschuldigen. Eine völlige Opfer-Täter-Umkehr, eine völlige Verdrehung. Es macht mich einfach nur sprachlos. Wenn er etwas Anstand hätte, würde er jetzt sagen, ich habe das damals gesagt, ich habe mich vertan, das tut mir leid, aber ich bin doch aus diesen und diesen Gründen für die Impfung. Aber nein, er dreht das einfach um, dreist und er kommt damit durch in diesem besten Deutschland aller Zeiten. Sie stellen es hier so dar, als wenn die Impfstoffe gefährlicher wären, als sie sind. In Wirklichkeit sterben Menschen, wenn sie nicht geimpft sind. Auch hier wieder verbale Hütchenspielerei. Die Abgeordnete hat nur gefragt, sie haben gesagt, dass es keine Gefahr gibt. Und jetzt sagt er, sie stellen das so hin, als seien sie gefährlicher, als sie sind. Wir wissen nicht genau, wie gefährlich sie sind. Und dass wegen ihnen Menschen nicht sterben, das mag sein. Aber wir wissen auch, dass wegen ihnen Menschen sterben. Das ist belegt. Auf die Größenordnung kommt es an. Und wie der Minister hier mit Worten manipuliert, das ist schlicht faszinierend. Und es sterben Menschen, wenn sie nicht mehr ausreichend geimpft sind. Und dieser Verantwortung müssten sie gerade als ärztliche Kollegin gerecht werden. Und jetzt noch der Angriff auf die Person. Sie als erstes ein bisschen der Verantwortung gerecht werden. Herr Lauterbach, Sie sagen, ich denke, dass wir ärzt sind. Sie mit Ihrer Verantwortung endlich einmal gerecht werden. Und diese Verantwortung werde zurückzudrehen. Nach all dem, was Sie gelogen haben, was Sie falsch informiert haben, was Sie Panik geschürt haben. Herzlichen Dank. Ja, Herr Professor Lauterbach, nach allem, was wir wissen, senkt die Impfung ja zudem das Risiko auch einer Long-Covid-Erkrankung. Nichtsdestotrotz sehen wir leider, dass eine Reihe von Menschen deutlich länger als die fünf bis zehn Tage, die man in Quarantäne bleibt, nach einer Infektion auch damit zu kämpfen hat. Deshalb an Sie die Frage, was planen Sie, um die Versorgung für die an Long-Covid-erkrankten Menschen in diesem Land zu verbessern? Wann wollen Sie da speziell auch bei den Spezialambulanzen einen Ausbau vorantreiben? Und wann ist genau damit zu rechnen? Ja, das war jetzt eine Frage aus der Regierung selber. Sie sehen, Stichwort Geberei. Und da muss ich sagen, wenn die Regierungspartei die eigene Regierung nicht kritisch befragt, das ist ja völlig in Ordnung. Was mir aber aufgefallen ist hier, dass das an die Bundespressekonferenz erinnert und es ist teilweise eins zu eins. Also wie die Regierungsparteien den Minister hier befragen und wie die Kollegen in der Bundespressekonferenz ihn befragen, das ist teilweise identisch. Ja, das war es. Ich fand diesen Auftritt ganz unsäglich, muss ich sagen. Auch die CDU hat sich mit kritischen Fragen massiv zurückgehalten. Das war also sehr, sehr, wie soll ich das sagen, mit Samthandschuhen und selbst da wich er dann aus auf die Frage, wann das sein wird, sagt er einmal, wann nötig. Ja, eine traurige Vorstellung hier in meinen Augen von der Union, aber eine skandalöse von Karl Lauterbach. Ich tue mir schwer, das druckreich zu kommentieren. Jetzt ist es schon spät am Abend, das Video. Hier mache ich um halb drei Uhr, also Entschuldigung, wenn ich mich jetzt nicht so zurückhalte, wie ich das sollte. Ich denke, es war doch lehrreich, das nochmal zu sehen und auch zu analysieren. Und für die ausgesprochenen Hartgesottenen, statt eines Nachspanns, statt eines Witzes, wie ich die ja oft in den Nachspannen mache, noch ein paar Fragen von den anderen an den Minister und die Antworten, damit sie einfach das sehen. Vielen herzlichen Dank, schauen Sie wieder rein, lassen Sie ein Abo da, drücken Sie auf die Glocke, unterstützen Sie, weil, wie gesagt, der 18-Stunden-Tag, das ist ohne GEZ-Gebühren, ohne ein Milliardär im Hintergrund, der das Ganze finanziert und ohne Steuermillionen, wie das die braven Medien bekommen. Nur mit Ihrer Unterstützung, aber dafür auch nur Ihnen verpflichtet. Alles Gute, danke, ciao. Und schauen Sie auch noch kurz in den Shop der Unterstützer. Sehen Sie jetzt gleich den Link. Danke, ciao. Heizschuh, Heizschöster.de Dadurch auszeichnet, dass es sehr schnell umsetzbar ist. Meine Frage ist, haben Sie das in Ihre Erwägungen mit einbezogen und können wir damit rechnen, dass wir eben auch zeitnah diese Hybrid-DIGs bekommen? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete, für diese Frage. Das Gutachten von Professor Schreyöck auch im Auftrag des BMGs erstellt, ist mir natürlich bekannt. Und im Rahmen der Vorbereitung der Maßnahme Hybrid-DIG, wo es also darum geht, dass also Fallpauschalen abgerechnet werden können in ambulanter Erbringung, die bisher stationäre Aufenthalte notwendig machen, werden wir dieses Gutachten berücksichtigen. Das würde dann auch dazu führen, dass beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen, ich spreche von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die also an der Versorgung dieser Patienten teilnehmen wollen, diese Möglichkeit bekämen. Wir müssen das System öffnen, sodass also zum einen stationäre Leistungen erbracht werden können, ohne Aufenthalt in der Klinik. Das setzt Pflegekräfte frei. Genauer gesagt, die Pflegekräfte werden dann dort weiter beschäftigt, sind aber nicht mehr überlastet. Gleichzeitig müssen wir aber auch die ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte nutzen, damit sie stärker in die stationäre Versorgung eingebunden werden können. Da ist dieses von Ihnen erwähnte Gutachten sehr wichtig und das werden wir selbstverständlich mit berücksichtigen. Nein, ich habe gesagt, weil wir schon sehr weit in der Zeit sind, ich gehe jetzt weiter in der Fragestellung, weil das war noch im weitesten Sinn ein Krankenhaus, aber gestatten Sie mir, damit ich jetzt weiter in die nächste Frage gehe, weil ich glaube, auch bei der nächsten Frage wahrscheinlich sehr viele Nachfragen kommen, sodass wir in der Zeit weiterkommen. Ich habe jetzt als nächsten Fragesteller Johannes Wagner aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Minister, welche Stellung messen Sie dem Vorhaben bei einem Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit zu errichten und wie planen Sie und Ihr Ministerium, das in dieser Legislaturperiode noch umzusetzen? Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für diese Frage. In der Tat, wir messen diesem Vorhaben eine sehr große Bedeutung bei, weil der öffentliche Gesundheitsdienst derzeit eine Einrichtung benötigt, wo zentral bestimmte Aufgaben übernommen werden können, die bisher nicht genau koordiniert werden können, zum Beispiel Entwicklung von evidenzbasierten Leitlinien für den öffentlichen Gesundheitsdienst, Entwicklung von Softwarepaketen, die hier zuständig sind, Lehrmöglichkeiten, also vielleicht auch ein Studienangebot im öffentlichen Gesundheitsdienst. Daher hat das eine große Bedeutung. In Deutschland fehlt eine solche Einrichtung. Wir wollen eine solche Einrichtung schaffen. Wir planen das also für das nächste Jahr bereits, also wenn wir die Vorschläge umgesetzt bekommen, die Arbeiten haben bereits begonnen. Wir sind dort auch im Austausch mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die bekannterweise zumindest in Teilen in dieses Institut übergehen soll und die Besprechungen, also finden in regelmäßigen Abständen statt. Ich kann zusichern, dass wir da einen entsprechenden Regierungsentwurf Ihnen vorlegen können, wahrscheinlich einen ersten Entwurf auch noch in diesem Jahr. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Minister, inwiefern könnte dieses Bundesinstitut auch dabei helfen, Prävention voranzubringen? Das ist ja ein sehr prominentes Thema im Koalitionsvertrag. In der Tat, ein solches Institut. Vielen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter. Ein solches Institut wäre natürlich für die Stärkung der Vorbeugemedizin ein Segen. Das ist ganz klar, weil wir in Deutschland ein präventionsorientiertes Bundesinstitut derzeit nicht haben. Viele dieser Aufgaben werden in hoher Qualität vom Robert-Koch-Institut mit übernommen, aber eine eigentliche Präventionsinstitution haben wir hier nicht. Da ist natürlich ein solches Institut prädestiniert. Hier geht es nicht nur um Suchtprävention, sondern auch um verbesserte Lebensführung. Hier geht es um Vermeidung von Krebserkrankungen. Hier geht es um die Integration des Wissens, wie man über Kommunikation die Prävention in der Bevölkerung verbessert. Daher ist dieses Institut für die Präventionsleistungen, die wir uns erwünschen, ein ganz zentraler und unabgönnlicher Baustein. Gibt es zu diesem Thema Nachfragen? Frau Zollner. Ja, sehr geehrter Herr Bundesminister, meine Frage wäre, Sie haben jetzt auch angesprochen, dass das RKI in Teilen Aufgaben übernimmt. Es gibt weitere Institutionen und vor dem Hintergrund, dass wir überall Anspannung haben im Finanzierungsbereich, welche weiteren Möglichkeiten sehen Sie dann, weitere Abteilungen beispielsweise in diesem Institut zukünftig aufgehen zu lassen? Und mit welchen Stellenzuwachs rechnen Sie gegebenenfalls, beziehungsweise in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht schlagkräftiger werden und tatsächlich vielleicht sogar Stellen einsparen können? Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete, für diese Frage. Ich kann die präzise, also Stellenplanung für dieses Institut jetzt natürlich noch nicht vortragen, weil wir da in der Gestaltungsphase noch sind. Aber ich will auf einen Punkt hier hinweisen, der sehr bedeutsam ist, weil Sie wiesen darauf hin, wir müssen die Kostenentwicklung im Auge behalten. Es ist tatsächlich also ein Manko, ein Problem, ein Mangel in unserem Gesundheitssystem, dass wir bisher ein solches Institut nicht haben. Weil durch die bessere Vorbeugung von schweren Erkrankungen mit hohen Kostenfolgen könnten wir natürlich sehr viel Geld einsparen. Daher gehe ich davon aus, dass ein solches Institut sich zum Schluss selbst finanziert durch die vermiedenen Kosten, die durch die verbesserte Vorbaugeleistung erbracht werden können. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Vielen Dank. Können wir dann davon ausgehen, dass Sie zum Beispiel bei der Akademisierung der Pflege, die natürlich auch einen großen Teil im Bereich der Prävention tätig sein können, endlich einen Schritt weiter kommen und die Kosten für die Ausbildung in diesem Bereich übernommen werden, analog der Regelung der Hebammenakademisierung? Vielen Dank, Frau Abgeordnete, für diese Frage. In der Tat, die Kosten in der akademisierten Pflege bleiben bei den Studierenden hängen. Daher haben wir eine viel zu geringe Anzahl von Studierenden. Und das ist nicht hinzunehmen, weil tatsächlich die Akademisierung der Pflege dringend geboten ist. Wir überlegen uns daher derzeit, wie wir hier eine Lösung finden, sodass die Studierenden entsprechend wirtschaftlich so unterstützt werden, dass sie nicht schlechter gestellt sind als diejenigen, die in der Ausbildung sind. Da ist beispielsweise eine Fondlösung möglich. Aber ich bitte Sie um Verständnis, dass ich Ihnen das heute noch nicht sagen kann. Auf jeden Fall werden wir das machen, dass die Studierenden in der Pflege gleichgestellt sind mit den Auszubildenden. Gibt es zum Thema weitere Nachfragen? Ja, aus der SPD-Fraktion. Ich kann es nicht ganz erkennen. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Minister. Zum Institut für Öffentliche Gesundheit hätte ich gerne die Nachfrage, ob Sie vielleicht noch mal kurz skizzieren könnten, warum ein solches Institut auch wichtig wäre für die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern der Länder und Kreise und warum das für unser Gesundheitssystem eine gute Angelegenheit wäre. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete, für diese Frage. In der Tat, wir haben derzeit das Problem, dass die Gesundheitsämter und die öffentlichen Gesundheitsdienste wenig koordiniert sind. Ich bringe ein Beispiel. Die Software, die verwendet wird im Rahmen der Kontaktnachverfolgung im Pandemiefall, ist nicht einheitlich und wird auch nicht einheitlich weiterentwickelt. Es gibt auch in der Fortbildung der Tätigen dort also keine einheitlichen Leitlinien, sodass zum Teil die Vorgehensweise medizinisch nicht abgestimmt ist. Das ist den Gesundheitsämtern und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentlichen Gesundheitsdienstes nicht vorzuwerfen. Dort wird eine vorzügliche Leistung gebracht. Ich bin dankbar, dass diese Leistung im Rahmen der Pandemie aber nicht nur dort erbracht wurde und möchte mich anlässlich Ihrer Frage auch bei diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier noch einmal ganz herzlich bedanken. Diese Leistung ist sehr viel wert. Von ihr hängen wir ab. Trotzdem müssen wir dem öffentlichen Gesundheitsdienst auch hier helfen, zu einer zentralen Einrichtung zu kommen, wo Dinge gemacht werden können, die einzelne Gesundheitsämter nicht machen können. Dazu zählt zum Beispiel die Vorbereitung der Lehre, Fortbildung, Weiterbildung, gemeinsame Datenpakete und dergleichen. Und darüber hinaus auch die Möglichkeit, sich zu akademisieren. Das ist alles in diesem Institut abgebildet. Daher messe ich der Schaffung dieses Instituts große Bedeutung bei der Verbesserung des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland bei. Keine Nachfrage mehr? Herzlichen Dank. Ja, Herr Professor Lauterbach, nach allem, was wir wissen, senkt die Impfung ja zudem das Risiko auch einer Long-Covid-Erkrankung. Nichtsdestotrotz sehen wir leider, dass eine Reihe von Menschen deutlich länger als die fünf bis zehn Tage, die man in Quarantäne bleibt, nach einer Infektion auch damit zu kämpfen hat. Deshalb an Sie die Frage, was planen Sie, um die Versorgung für die an Long-Covid-Erkrankten Menschen in diesem Land zu verbessern? Wollen Sie da speziell auch bei den Spezialambulanzen einen Ausbau vorantreiben und wann ist genau damit zu rechnen? Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete, für diese wichtige Frage. In der Tat, das Long-Covid-Problem haben wir im Auge und wir unterschätzen es keineswegs. Der Ausbau von Spezialambulanzen ist hier geplant, nicht nur an den Universitätskliniken, sondern auch in der Fläche. Und darüber hinaus möchte ich ankündigen, werden wir uns auch auf den Weg machen, ein Programm aufzulegen, wo die Versorgung mit der Erhebung von Forschungsdaten kombiniert wird. Weil wir haben in Deutschland das Problem, dass wir die Versorgung verbessern müssen, aber gleichzeitig auch noch erforschen müssen, welche Versorgungswege die besten Ergebnisse sind. Das Problem ist, dass wir die Versorgung mit der Erhebung von Forschungsdaten kombiniert werden müssen, welche Versorgung mit der Erhebung von Forschungsdaten kombiniert wird.